Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu World of Warcraft Läschen! Wir stehen hier in Teil der vier Winde hier unten und wollen Galleon killen. Denn der gute Kollege braucht einen Reis zu nehmen. Und der kann genau hier in diesem Rucksack drin sein. Von daher schauen wir doch mal nach. Ne leider bei mir mal wieder nur Gold getropft. Vielleicht habt ihr ja Glück meine Freunde. Geht auf keine Orbi-Stack eins. Oder auf meinen anderen Youtube-Kanal. Markus Esler, ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und Peace! Okay, Ciao!